Musik Irgendwann werden wir von diesem hässlichen Baum ausziehen Deswegen versuche ich jetzt gar nicht erst ihn schön zu bauen Ich baue mir irgendwann eine Untergrundhöhle, wenn du dann noch hier wohnst, dann ist das dein Problem Haha, so fies Weil der Baum ist eh nicht zu retten, ich fand den schon beim ersten Mal, als ich ihn geplantet habe, tierisch hässlich Du scheiß Spinnen, ja Gutes, so ein guter Ort für ein Baumhaus Findest du nicht auch? Wir könnten das hier alles schön bauen Aber habe ich keinen Bock drauf Sind wir in der Schlage schlafen zu gehen? Boah, dieses Scheiß fähig, dieses... Bist du das? Geh doch mal hier runter! Na, na Was denn? Ich bin doch in der Mine Ich habe Damage Indicators an, du Vollidiot Ich sehe dich Okay Du machst mein ganzes Fell kaputt Ich dachte erst so, was ist das für ein scheiß Viech? Und jetzt wollte ich es gerade töten, dann sehe ich auf einmal, es stirbt nicht mit einem One-Hit Das ist NANA Jetzt, hast du die Coven Witz getötet? Ja Töte die nie wieder Ich brauche die noch Sonst muss ich mir ganz viele suchen gehen Und jetzt gehe ich mal schlafen Achso, you are in Morph, you cannot sleep Bewezen sind wir professionelle Let's Player und drehen nicht ununterbrochen das ganze Let's Play aneinander vorbei Als würden wir selbst ein und äh, würden wir zwei unterschiedliche Let's Plays machen Mhm Ist ja nicht so, dass es da so manche unterschiedlichen Let's Player gibt, die das tun Oh, nein! Ich vergesse immer, dass ich nicht im Morph bin Ja, ein Nano-Leo-Statue Tipp mal H H Ich habe genau ein Head What? Du Haare, mach die Hüte da weg Was? Das ändert mich grad voll an Steam-Trade Ist es auch Warte, mach mal wieder Ready raus Mach mal kurz Ja, kann ich nicht Ja, kann ich nicht Ich auch nicht Ich auch nicht Man kann auch mit dem Inventar traden Warte, ich will kurz was machen Nein Okay, es geht nicht, was ich machen wollte Ich wollte mich in dich verwandeln Da hast du fünf Cobblestone Wie denn? Your inventory, your heads, your inventory, your heads Ah, cool Was gibst du mir für Steine? Sekunde Okay, fairer Trade Oh ja Oh ja Hast du die Skins wieder? Nein Nein Ich sehe meinen Skin Aber deinen nicht Oh, aber ich sehe den an der Statue Den Nano-Skin? Ja An der Statue Sag ich doch Aber nicht an dir Ich warte darauf eigentlich nur noch gerade, dass diese scheiß Pflanzen wachsen, weil ich derzeit nichts zu tun habe Das klick, was ich machen wollte Hm S S Okay, ich muss kurz Kraftdenken gucken Ich bin gleich wieder da Nur zwei Stunden AFK Hm Hm Hier hieß nochmal die Kugel Welche Kugel? Ja, die Hälter Kugel Äh Crystal Ball Den können wir aber uns noch nicht craften Dafür brauche Das Für den Mod, den du dafür brauchst, an dem arbeite ich gerade Dafür brauche ich eben dieses, äh, diese Mandrax Den kannst du dir so nicht craften, dafür brauchst du ein äh, Ritual Ach stimmt ja Also, äh, lass mich noch, äh, äh, so eine Stunde vielleicht und dann hast du so ein Crystal Ball Und ich geh jetzt auch kurz kacken Und ich geh jetzt auch kurz kacken Ha Ja 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 Das mach ich Gut Dann Sehen wir uns Später gleich Ich Sofort wieder Also für euch sofort oder in der nächsten Folge, ich weiß es nicht Und dann Bis gleich Und dann Hm Hm Was ich hier wohl machen werde Schau ich mal, was man hier so alles craften kann So ohne Technik ist das voll langweilig Verlust ich hier einfach mein Haus bauen Ja Dann baue ich mein Haus weiter, aber ich mache erst noch Pause Kai ist wieder da Ja, sie kündigt mir grad ne Pause Ja Hast du auch aufgehört aufzunehmen? Mhm Ja Okay Hochprofessionalität Ist aber gerade ausgeschnitten Achso Wann fängst du wieder an? Nein, ich muss noch fertig kommen Achso Das ist super Ich bin Ich bin Drei Schicke oder Sie Ich bin Ah Ich bin Und Sie hast du ein paar setzlinge muss ich jetzt sitzen gehören gehen ja 1 zu da bin ich wieder und okay ja nach dem kürzchen kelt nach dem kürzchen kelt ich habe mich entschieden mein baumhaushaus bauen weiter zu bauen ich habe mich daran entschieden weiter mit schritt zu arbeiten ich nichts besseres zu tun habe das einzige spannende was wir machen können dass wenn wir wieder aus also wenn wir bald ausgerüstet sind sind dann halt die ganze zeit bosse bekämpfen das einzige spannende was man irgendwie machen kann weil den flugstab geht es hier bestimmt auch nicht nein warum hast du jetzt zwei sticks in deinen händen weil das coole aussieht ich habe so einen schmerz erzähl mal was du so lange hast dann hätte ich hier gerade oh ja ich kann auch gleich mal eine runde aufnehmen dann sehen die das aus meiner sicht ja und ich gleich neu starten das praktisch dann die keine ahnung wievielste folge dann anfängt ich kann ja auch wenn ich meine gerät habe meine schon hochladen und du schaltest sie dann frei an dem tag wenn deine zu ende sind also deine ausgehen wir müssen uns dann nur noch auf eine folgenlänge einigen und rede machen gleich zwei sichten einfach dass die eine sich dann im video ist ich würde tors hammer so gerne mal haben sag jetzt nicht der ist zu teuer du hast dich gerade noch darüber beschwert dass wir alles so schnell kriegen eine ist es halbsam aber warum auch immer nächsten bostrop ja und ich würde ich nur durfte dass du so schnell weit kommst du nicht noch gar nicht ich komme nicht wirklich schnell weit ich habe noch eine andere nicht ansatzweise was zu was du hast ich habe kaum was um ehrlich zu sein ich habe ein paar seeds gepflanzt so bitte bier kann man haben ja such dich ein bisschen um und bau dir was tolles du darfst es hier keine technik und so gibt dann sagt eine technik mod und du baust ihn einfach ein das wird kacke der ist überall drinnen macht doch ach ich weiß gar nicht wie er heißt ich kann dir nach nachher mal gucken und wie er heißt es ist ein auch ein toller technik mod rubies ja ich hab safira habe ich dir doch eingegeben ich brauche rubies für eine thunder staff vier stück achso dann suche gut dann brauche ich meinen haushalt nicht weiter Pech oh hier ist ein eld loch spalte so jetzt ignorier ich mal hier oh hier habe ich meine girlfriend wieder gefunden also die hier kann sterben die eine da oder mach Monster an und versuch zu überleben und wenn du nicht überlebst dann bist du kacke und dann musst du halt verstehst was ich meine oder wir haben so viele mods setzt sich mit irgendeinem der mods auseinander da haben wir im modpack oder bau was vanillahaftiges bau dir ein tolles haus wir haben hier deko kraft mod drinnen gib unten in der suchleiste ad deko kraft oder so ein und dann findest du alle items von deko kraft macht und bau dir ein schönes haus ich meine ja nur boah heißt nicht dass du gleich so aggressiv werden musst das nervt so wenn man die töten möchte alter mal au au dammit au 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 dammit fick dich bau dir ein schönes schwert ein gutes rubys sind voll effektiv und stark alter wieso ist es jetzt auf einmal nacht geworden ach ne mein ofen ist ausgegangen deswegen ist es dunkel geworden hast du emeralds ja hast du rubys äh nicht dass du hörst da gerade die roten bällchen duktidu duktidu nö doch einen ein oh haben ich bring ihn dir ich bin schon da bei der natur das lied auf deinem bett oh jetzt sind mal meine freundin mitgekommen hahaha sie ist runtergefallen ne ein anderer ruby es gibt zwei ruby arts die hat sich wieder hochgeportet r und kaktusgrün das heißt ich muss jetzt kurz in die wüse oder hast du noch kaktusgrün 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 hast du einen never stern hahaha ich weiß was du machen kannst du kannst obsidian suchen für nether portal dann hast du was zu tun das ist eine gute idee dann können wir auch ein wisserskelettenfarm bauen weiter wie wo und Organization Bis zum nächsten Mal.